Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen weiteren Informationsvideo für euch von uns. Wir haben jetzt gerade oder uns haben sehr viele Leute angeschrieben, hey wie sieht es aus? Ich habe das Spiel schon, ich kann es aber nicht spielen. So, das liegt einfach daran, dass der offizielle Start erst am kommenden Dienstag passiert. Das heißt, am 20. kommt das Spiel offiziell raus. Für alle die, die das Spiel jetzt schon haben, ist es so, dass vielleicht noch Inhalte fehlen, dass ihr es vielleicht noch nicht spielen könnt. Ganz, ganz wichtig, das hat auch Giants in heutigen Streams gesagt, bitte, bitte, bitte wartet unbedingt auf den Day One Patch, der am Dienstag rauskommt. Es gab Versionen, da fehlen noch einzelne Fahrzeuge. Die CDs wurden ja schon vor zwei, drei Monaten schon zum Produzieren gegeben. Das heißt, da fehlt noch einiges. Wartet am Dienstag auf den Day One Patch am besten. Ihr seht hier nochmal die aktuelle Seite von, äh, Twitter-Seite von Family Simulator. Da seht ihr auf alle Fälle, wann ihr alles spielen könnt. Das heißt, für die PC-Spieler wird interessant wahrscheinlich, also ihr könnt es vorher schon runterladen auf Steam. Das wird, glaube ich, am Montagabend schon möglich sein. Dann könnt ihr das jetzt runterladen, ganz normal. Und ab Dienstag 0 Uhr, das heißt 0 Uhr 1, am 20.11. sollte es jeder spielen können auf allen Plattformen. Aber wie gesagt, ganz, ganz wichtig, ladet euch den Day One Patch runter. Nur dann kann sichergestellt werden, dass so gut wie keine Fehler mehr vorkommen, dass, äh, euch keine Maschinen fehlen und so weiter und so fort. Und glaubt mir, wenn ihr euer Support braucht, werdet ihr euch gerne in den, an den Giants Discord, der gibt, bekommt ihr gerne Support. Aber achtet bitte darauf, dass ihr wirklich alles drauf habt, ähm, was aktuell ist, was neu ist. Und dann, glaube ich, ist schon mal ganz viel, äh, erledigt worden. Das war's erstmal. Ich wollte euch nur darüber informieren, auch wenn ihr jetzt schon spielen könnt, was ja nicht so dramatisch ist, ähm, und euch noch Sachen fehlen, wartet auf den Day One Patch. Da müsst ihr am Dienstag kommen, so ist der Informationsstand heute. Und dann, äh, könnt ihr spielen, wie ihr möchtet. Gut, das wollte ich nur ganz kurz euch sagen. Äh, ich danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao.